Ja, ich weiß jetzt was Sache ist, und zwar weiß ich jetzt, warum das Alien sich nicht bewegt. Das liegt ganz klar an der Aufnahme der Software, weil ich hab's gerade noch mal probiert ohne aufzunehmen. Hilfe! Das Alien läuft hier dann rum und schmeißt diese Kisten auf mich drauf, läuft eventuell in diese Raketen rein. Und dann ist mir auf jeden Fall aufgefallen, hier ist so ein Weg. Das sieht man gar nicht. Und hier ist auf jeden Fall so ein Schalter. Den könnt ihr aktivieren. Dann wird hier so ein Rohr freigelegt. Das sehen zwei Rohre. Und dann könnt ihr hier wieder rausklettern. Das Alien läuft normalerweise dann hier rum und schmeißt euch mit den Kisten. Wenn ich das jetzt aufnehme, funktioniert es leider nicht. Ich weiß nicht, warum das Alien da so eine Blockade hat. Kann ich euch nicht sagen. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und ähm... Normalerweise müsste jetzt hier dieses Air Control hier aufgehen. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Vielleicht so. Nein, passiert auch nirgends. Ah doch, hier. Drücken da drauf, dann geht hier eine Air Control und Lampe an. Und hier könnt ihr... Äh, hier so die Luke aufmachen. Da, wo das Alien da reingezogen wird. Okay. So, ihr müsst schnell hier reingehen. Alles, was jetzt alles da reingezogen. Auch was Alien wäre, sehe ich ja. Viel mehr musste ich eigentlich nicht sagen. Das war es aber eigentlich mit dem Level. Und das war es auch mit der Kampagne des Marines. Ähm... Okay, Zwischensequenz haben wir noch bekommen. Okay, das war ja interessant. Gut. Bonus. Okay, what the fuck? Was haben wir hier noch für Bonus-Level? Heftig. Ja, spielen wir nochmal, oder? Bonus-Tempel. Untersuchung von einer Zersäuchung gestoppt. Spezialen Jetpack. Sind wir jetzt mit den Marines unterwegs? Ich weiß nicht. Ja, tatsächlich. Ein Glück, dass sie noch leben, Soldat. Der Tempel ist außer Kontrolle. Laufen sie zur Evakuierung. Boah, fuck you, ey. Wir haben natürlich nur eine Waffe. Und das ist die beschissenste. Leute. Ach du Scheiße, die hat mich aber... Äh, schön ordentlich verspeist. Okay, wir gucken jetzt mal, wo die Viecher sind. Oh nein, ey. Ich kotze mich das noch an, ey. So, krass. Bonus-Level haben wir auch noch. Wusste ich gar nicht. Oh, fuck, ey. Alter, warum bewegst du dich so fucking schnell, ey? Ich krieg die Krise, ne, Leute. Ich krieg die Krise, ganz ehrlich. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ist der ein Fahrstuhl irgendwo? Was ist das für ein Level? Die wollen mich doch verarschen. Das soll das Bonus-Level sein. Oder bin ich hier irgendwie zu blind, irgendwas zu sehen? Ist schön, dass hier so auch Trommelwirbel kommt, aber sieht nach Waben aus. Aber wie komm ich denn da hoch jetzt? So, ein bisschen heller machen. Haben wir davon nur endlich, oder was? Ne, leider nicht. Jetzt hab ich alle verballert. Ja, heftig, Leute. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Wir haben ein Jetpack, ne? Ah, das war doch hier. Jetpack mit J. Schön zu wissen. Boah. Dem haben wir es gegeben, soll da hoch. Was sind wir denn drin, ne? Ha, guckt euch das mal an, wenn man hier ohne 80 Gerät hoch will. Hier sieht man nämlich... Da sieht man nichts. Also, gar nichts. So dunkel ist da drin. Okay, krass. Boah, heftig. Wir speichern mal. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Drei Speicherungen übrig. Na, das ist nicht so gut. Okay, da müssen wir runter, wahrscheinlich. Das soll ein Alien sein. Okay, oder da rüber. Wir besuchen mal das Jetpack einfach. Ah, passt irgendwie gar nicht zu dem Spiel, finde ich. So, ein bisschen zu abgespaced mit Jetpack. Boah, das war knapp, Freunde. Also, da ist der nächste Weg. What the fuck? Krass. Einfach nur krass. Okay, weiter geht's. Ah. Sehr gut. Ist das unsere Lieblingswaffe? Ah, nee. Das ist der Flammenwerfer. Da kommt wohl irgendwas schon. Da ist doch das Vieh. Ah, getroffen. Okay. So. Flammenwerfer benutze ich echt ungern, weil wir uns meistens selber anzünden damit. Na, wo bist du denn? Weil das Vieh auch. Guck mal, wie dunkel das Vieh ist. So. What da mit dir? What mit dir? Scheiße, hätte ich mein Jetpack benutzen können. Gar nicht so blöd. Oh ja, oh ja, oh ja. Rock'n'roll. Da müssen wir hoch. Ich bin schon einig, dass die mir irgendwie was tun, ne. Leute, euer Ernst. Ich hab doch plattgeschossen, dreckst du hier. Ich auch. Ich auch. Alter, Leute, war das, das war doch bescheuert, oder? Richtig, laden wir mal. Oh, geil, ey. Okay, gehen wir mal da runter. So, wo sind denn unsere? Okay, die können wir hier verbrennen, die dreckigen kleinen Viecher hier. So, und hoch mit uns. Ich versuch, direkt in eine Richtung zu gehen. Boah, heftig. Damit wir nicht wieder so komisch hängenbleiben. Toll, ernst. Vieh hat ja schon auf uns gewartet. Das hier sowieso, ey. Komm mal da hoch. Können wir ja, gucken wir mal was da hinten raus. So. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr kleinen Fotzen. So. Oh man, das ist ja verdammt dunkel überall hier. Aber, sowas von dunkel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da müssen wir hoch. Ich muss mal hier gucken, ob hier irgendwas oben oben rumliegt. Ich kann mir irgendwas Interessanter einsammeln. Da oben kommt noch ein Tieren-Tal. Okay, was ist das für eine Waffe? Oh nein, Leute. Das war nicht gut, weil ich eigentlich speichern wollte in dem Moment. Naja. Ja, ich mach das mal eben erst flotti, flotti. Aber immer dort an den vorbei, die kleinen Bisser. Die müssen wir nicht töten. Okay, dann hier hoch. Und hoch. Und es spielt letztendlich keine Rolle, ob wir nach links oder rechts gehen. Okay, dann hier hoch. Na, wo seid ihr denn? Da hinten, lauft rein. Okay, das haben wir gut getroffen. Aber das ist hier woanders, als wir vorhin waren. Okay, hier sind wir wahrscheinlich gerade durchgegangen. Nur von der anderen Seite. Nein, wir wollen die Grafen nicht. Okay, sehr gut. Scheiße, haben wir uns ein bisschen was von der Panzerung abgezogen. Da wären wir hochgekommen. Also, sind wir vorhin von der anderen Seite gekommen. Na, komm hierhin. Oh, da kommen wir auch viele auf uns zu. Alter, wie drecks wie... Mann, komm doch her, ey. Kommt doch her, die Drecksviecher. Scheiße. Okay, was haben wir da jetzt eingesammelt. Da müssen wir hoch, höchstwahrscheinlich. Oder? Alter. Ist das Ding heilig, oder? Da schieß das Ding doch ab, ey, Freunde. Alter, hier ist irgendwas los. Was war das denn? Speichern. Auf jeden Fall speichern. Was war das denn für eine kranke Scheiße? Was war das? Anscheinend sind die Dinger irgendwie heilig, oder sowas? Oder was ist da passiert, ja? Okay. Interessantes Bonus-Level. Wo wir mehr oder weniger abgeflachtet werden. Okay, das war nicht so geplant. Da ist ein Fahrstuhl, oder sowas ähnliches. Was hier ist... Nichts besonderes, außer so ein scheiß Alien. Oder? Was haben wir hier? Mann, ey. Das ist doch bescheuert. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss, ey. Hier ist alles so... verwirrend. Wo müssen wir hin? Aha. Couchen. Haben wir eigentlich nicht gebraucht, aber ich hab's jetzt genommen. Welcher Generator muss hochgefahren werden? Okay. Dann können wir hier hin zurück. So, wo machen wir das mal. Wollen wir das finden. Bisschen Mun einsammeln? Oh, wie ist das? Ach, das ist hier der Fahrstuhl. So. Warte mal. Hier war doch der eine. Da, wo wir... Oh, ne, ne, ne. Ach, wir können ja hochfliegen. Ja, genau. Machen wir jetzt mal. Na, warum fliegt er denn nicht hoch, ey? So. Alter, flieg hoch, Freundchen. So. Dann, ähm, ja, suchen wir mal die Generatoren. Wird's ja noch mal was, wo wir hier anschließen sollen. Tee. Panzerung, ja. So, okay. So, hier war doch irgendwo ganz viel Strom. Stromkreis. Couchen. Das war doch voll bescheuert, Leute. Style bescheuert. Okay, laden. So, wo waren wir denn hier? Hier waren wir, okay. Na gut. Oh, wartet mal. Letzt mich auch mal abknallen. Oh, Leute. Wir machen jetzt mal auf jeden Fall einen Break und spielen dann in der nächsten Folge weiter. Und suchen mal die Generatoren, damit wir die Dinger mal anschließen können und hier aus dem Bonus-Level entfliehen können.